Herzlich Willkommen Eulenfreunde zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, eigentlich bis A, bis 7. Äh ja Leute, es geht weiter. Wo ist der Geist hin? Da ist er. Da ist der kopflose Nick Schirn. Im letzten Part haben wir den Stärkungstrank hergestellt. Und mal gucken, was wir dieses Mal machen. Hier waren wir ja schon überall, oder? Ich drücke nochmal A. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Ja, hier waren wir. Und jetzt geht es hier runter. Hui. Das haben wir ja schon letztes Mal offen gemacht. Geöffnet. So, hier gibt es wieder Dinger hier. Oh, 7. Ach, hier waren die. Okay. Okay. So, ich greife mal auch noch an. So. Oh, das ist der hier gemein, ne? Der echt gemein hier. So, was ist hier los? Hier könnten wir natürlich... Äh, ups. Hier könnten wir natürlich hin... Oh Gott, wie wählt man denn jetzt nochmal den anderen Zauber aus? Also, du musst... So, guck mal. Könnten wir wegmachen? Oh. Hier wollen wir aber eigentlich gar nicht hin. Welcher ich bin. Ich wusste gar nicht, dass es da einen Durchgang gibt. Leute, wirklich. Ich sehe den zum ersten Mal. Sehr seltsam hier. Was ist eigentlich mit diesen Bildern da? Eins... Oh, uh. Okay. Wir gehen nochmal ganz kurz hier hinten gucken, ob hier auch noch eins war. Aber ich glaube nicht. Ne, da war nichts. Da war nichts. So, hier Blumen kaputti machen, ne? Das gehört sich einfach so. In einer guten Beziehung. Dass man die Blumen kaputt macht. So, hier haben wir noch ihn hier. Ach, das ist auch gesperrt. Das ist ja hier alles hier rigged, oder? Okay. Okay, okay. So, hier haben wir wieder ganz, ganz viele Bänke. Und wir machen natürlich hier wieder alles hübsch, ne? Ich würde sagen, wir dekorieren hier einfach. Guck mal, haben wir einen silbernen Typen dahin gestellt. Der macht jetzt das Wasser weg. Wow. Oh, doch nicht. Er macht das Wasser dahin. Oh. Oh, wir haben eine rote Box gefunden. Ist natürlich super. Lass mal gucken, was das ist. Na. Äh, hier. Hä? Hallo? Eule. Achso, ich muss rechts stehen. Warte. So, jetzt. Super. Geisterstarts einsame. Cool. Sollen wir das einstellen? Äh, ich muss nur ganz kurz gucken, wie das geht. So. Ne, das war falsch. Jetzt habe ich ein Foto gemacht. Äh. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie... Ach, so. Extras. Äh. Dö, 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 dö. Achso. Muss man auch kaufen. Okay, okay. Dann. Ne. Rote Magie habe ich nicht. Oh. Soll ich jetzt hier echt alles hier kaputt machen? Ich weiß es nicht. Na, komm. Oh. Sorry. Ich wollte dich nicht. Och, Alter. Herumwirbeln. So, Harry. Geh mal da drauf und schüpf mal hier ein bisschen. So. Alles schön kaputt machen. Oh, die gehen nicht. Sehr gut zu wissen. Da haben wir noch eins. So. Hinter uns da ist noch Dumbledore's Büro. Müsste es, glaube ich, sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob man hier für jetzt was kriegt. Da ist auf jeden Fall eine Kirche für den Getrank. Äh. Die wir, glaube ich, aber noch nicht brauchen. Noch nicht. Oh, hallo. Ihr seid aber gemein hier. So. Okay, ich muss euch gleich mal angreifen. Damit ihr den Schüler da hinruhen lässt. Das ist ja hier. Eine Frechheit. Immer dieses Lisewins hier. Mann, 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 Mann. So. Super. Dann gehe ich hier mal runter. Machen wir kaputt. Das machen wir auch kaputt. Das auch. Alles kaputt machen wir. Mann, 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 Mann. Wer hat dieses Schloss hier überhaupt designt? Ist ja hier ein Horror hier. Och, geht mal aus dem Weg hier. Muss, muss Sachen zerstören. So. Und ihr? Pissnaken hier. Was ist mit euch? Oh, die haben Angst. Okay. Gut, haben wir geschafft. Ja, ja. Geh mal schön. Ach, gehen wir vielleicht zu Hagrid? Hagrid? Ich glaube, ich glaube, das sieht aus wie Hagrid. Lubos. Dann mach mal hier auf. Oder Quidditch. Quidditch oder Hagrid. Ah, Fluch. Nee. Kräuterkunde? Was? Aber wir sind doch noch nicht im zweiten Jahr. Nochmal hier weg alles. Oh, hier gibt es auch immer so viel wegzumachen, ne? Dieses ganze Gedöns hier. Das ist echt immer... Boah. Was ist mit euch jetzt hier? Hallo? Muss ich irgendwas... Hm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich glaube... Meine hier wäre... Hier gibt es auch irgendwas, was ich kaputt machen müsste. Aber ich habe bis jetzt noch nichts angezeigt bekommen. Deswegen würde ich einfach mal spontan sagen, das stimmt gar nicht. Gut. Ich wechsle aber den Zauber, weil Lumos ist ein bisschen nervig. Ah, die Teufelschlinge. Die Teufelschlinge könnte jetzt kommen. Damit Hermine auch weiß, was sie machen muss. Alter, was ist das denn hier eigentlich? Okay, weiter geht es nicht. Okay. Okay, okay, okay. Oh. Oh, da brauche ich mein Lichtding wieder. Hier. So, hier, bitte. Oh. No, Hermine. Ja, ja. Wir ignorieren das. Wir ignorieren das. Was bist du denn hier? Kannst du mich auffressen? Nee. Wäre lustig gewesen. Oh. Oh, das ist ja hier. Bitteschön. Jam, 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 jam. Oh, 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 oh. Und jetzt hier einen Reifen. Hm. Lecker, 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 schmecki. Und jetzt das Gift. Das ist aber schon gemein von Hermine. Ich dachte, jedes Lebewesen hat es verdient zu leben. Mann, 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 Herminischchen. Okay, dann gehen wir mal hier zu Professor Sprout. Guten Tag, Schüler. Ich bin's, Professor Sprout. Nee, die Allrauen heute nicht. Oh, nee, das ist die Teufelschlinge. So, schaut mal her. Guckt mal. Ihr dürft euch nicht bewegen. So, sie hat mich jetzt gebiesen. Und, oh, oh. Oh, sie lässt mich nicht mehr los. Äh. Okay, dann. Äh. Expreso. Ah, nee. Luma Solem. Hat es eingesetzt. Oh. Und jetzt hat sie... Oh, ein Zauberstab. Ah. Ah. Äh. Hä? Oh. Ah. Hilfe. 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 Ich hätte ja schon ein bisschen gelacht, tatsächlich. Und wir sind mal wieder Hermine. Und... Ah. Hä? Wie? Ja. Achso. Ich musste den erst mal anmachen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich nicht drüber nachgedacht. So, wo haben wir hier noch solche komischen Dinger? Äh. Wir müssen mal hier anvisieren. Darum haben wir so ein Rad. Darum haben wir auch noch Eiler. Hallo. Woher kommen diese Blumen hier? Ich finde es cool, wie hier so eine Schiene ist. Das ist auch sehr interessant designt hier. So. Das kann auch noch weg. Ich dachte, ich hätte die da unten anvisiert. Achso. Da passiert nichts. Oh doch, da passiert tatsächlich was. Okay. Sehr schön. So, das hatten wir. Kann ich die nochmal hier anvisieren? Nee. Nee, nee, kann ich nicht. Dich aber. Was gibst du mir? Du gibst mir sowas. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal hier auf die andere Seite. Gucken mal hier. Hier kann ich nur die da machen. Und Bäm. Die ist auch weg. Für wir es kaputt machen. Und dich da oben auch noch freilassen. Super. So. Weil Hermine so mächtig ist, machen wir das hier auch. Oh. Kaputt gemacht, Hermine. Du bist ja ganz toll, Hermine. Wieso machst du immer alles kaputt? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Oh, ich kann das auch noch nicht benutzen hier. Äh. Oh. Hä? Was ist denn da? Hallo, ich brauche keine Blumen. Du kannst dich drücken von Y auf Dinge ziehen. Ja, ja, das war sie auch. Aber ich muss ja hier erstmal warten. So, jetzt baue ich. Aber jetzt baue ich immer schönes Sinn. Ja, guck mal. Ich baue hier einen schönen Schlitten. Und dann für eine Ahn. Ja, oder für Panem. So. Machen wir erstmal dieser kaputt. Ron ist erstmal Nebensache, würde ich sagen. Ne? Ron kann das auch alleine, wirklich. Der braucht schon keine Hilfe, oder? Der tut doch immer so auf stark. Ah, hallo? Professor Spout, wieso frieren Sie mich ein? Das ist er hier. Das war gemein von ihm, Professor Spout. Und dafür kriegen Sie jetzt aber gleich nochmal ein Stupor ab hier. Bitteschön. Haha, daneben. Hahaha. Hahaha. Pfff. So. Super. Haben wir nur noch so im LR. Oh, 14. 14 von 200. Super. Super. Super, dann haben wir mal wieder ab, Professor Spout. Dankeschön, dass Sie uns geholfen haben, ne? Komm, frieren Sie ihn hier ein. Ah, daneben. Hahaha. Sie können ja gar nichts als Lehrerin. Tschüss. So, das war ja easy peasy, ne? Okay, ist dafür irgendwas? Ne, ne? Ne. Ne, 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 okay. Ah, das machen wir aber auch weg. So, jetzt aber. Super. Steine, Steine, Steine. Steine sind immer schön. Ja, Herr Kopfloser, ne, holen müssen wir denn diesmal. Ah. Gut, jetzt müssen wir fliegen. Das wird was, Leute. Das wird was. Gut, dann, Madame. Hoch. Auf. 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 Oh, was ist mit Hermine? Okay. Bei der liegt das noch. Ach, Neville. Oh. Oh, oh. Oh nein, Neville. Komm mit, Neville. Oh. Das war gemein. Hm. Sei bloß kein Idiot. Okay, ich nehme auf jeden Fall. Äh. Harry. Harry. Super. Super. So. So. Halte die Bilder direkt, um nach oben zu fliegen und höre auf dich zu bewegen. Achso, um wieder nach unten zu gehen. Okay. Ich habe überhaupt... So, hallo? Blüder? Ich kann ja überhaupt nicht zählen. Alter, ich... Ich... Ich weiß überhaupt nicht mal, wie es geht, ne? Das ist echt belastend. No. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich hier machen soll. Also, ich weiß, dass ich die Kugel hier haben möchte, aber ich kann den da nicht. Ah, doch. Ich kann den doch treffen. Ah. Ach. Hallo? Äh, B nach oben, bitte. Okay. Nach dahin kann ich gar nicht fliegen. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Hallo? Bleib stehen. Bleib stehen. Okay, nach unten. Jetzt aber. Jetzt aber. Super. Oh. Oh nein. Blumen. Blumen. Okay, okay. So, komm. Hier, eine haben wir. Die zweite haben wir auch. Und die dritte, die ist so weit unten. Die haben wir... Die haben wir noch nicht. Ach. Ach. So, jetzt aber. Jetzt aber. Ich hab' ihn. Ich hätte echt mal Lust, wieder Harry Potter zu schauen. Habe ich echt lange nicht mehr gemacht. Was machen wir? Das ist ja irgendwann nochmal. Na, super. Haben wir geschafft, ne? Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Alcamito, haut rein. Vorsicht. Vielen Dank.